Man braucht, das ist für mich ein Stück weit Nährboden für neue Dinge, um einen gewissen Rahmen letztendlich zu schaffen, um hier innovative Dinge voranzutreiben. Auch durch das Thema, die Frage war auch, was hat Corona jetzt irgendwie da für einen Impact? Da muss man ganz, ganz sagen, durch das Thema Homeoffice, Remote-Arbeiten, dass quasi die Teams, die Abteilungen, die Bereiche nicht vor Ort sind, sondern im Homeoffice sind, hat es einen neuen Anspruch auch an das Thema Führung, weil man sieht sich nicht mal so oft. Man muss ganz anders mit seinen Mitarbeitern interagieren und kommunizieren. Also das Hauptschlagwort an der Stelle ist hier Kommunikation, ist key. Und vielleicht auch eine Mischung irgendwie, dass man sie auch irgendwie sieht, zumindest per Videokonferenz, dass man eine gewisse Nähe letztendlich hat, dass man mitbekommt, was beschäftigt die Mitarbeiter, wie kann man da direkt darauf eingehen. Und dahingehend ist das Thema Kommunikation im Kontext letztendlich auch hier mit dem Thema Kultur und Führung essenziell, auch gerade bei dem Thema jetzt irgendwie Corona, wo man hier ganz klar einen Push erlebt hat. Genau, also für das Thema digitale Transformation, was braucht es dafür? Also es ist viel, viel schichtiger, wie man eigentlich denkt. Also oftmals denkt man bei dem Thema Digitalisierung immer an neue Technologien, sei es Blockchain, künstliche Intelligenz und all die Dinge. Uns geht es vor allem darum und was ich auch davon persönlich irgendwie glaube, es geht nicht um die Technologie, sondern um das Problem. Die Technologie ist dann quasi nur ein Enabler, um das Problem letztendlich zu lösen. Aber die DNA von der Digitalisierung ist nicht nur Technologie. Also wir schauen da viel breiter drauf, auch als Beinnebel. Wir haben uns ein Framework letztendlich gegeben. Wir haben Rahmenbedingungen, die wir uns hier anschauen. Also das ganze Thema Organisation, Mitarbeiter, Innovationsmanagement und auch Kooperation, Ökosysteme, so ein Teil der Medaille. Und im Kern geht es uns darum, dass wir darauf schauen, auf das Thema Kundenschnittstelle, Prozesse, Technologien und Produkte. Und dahingehend sieht man schon, dass die Vielfalt hier extrem groß ist und es gilt halt, die verschiedenen Facetten irgendwie hier zu bespielen. Und auch im Konix zur ersten Frage hier zu machen, okay, das Thema Kultur ist hier quasi komplett der Rahmen, der hier sich um all die Dinge letztendlich hier zieht. Das ist eine sehr spannende Frage und auch bezüglich, hier geht es um den Reifegrad quasi. Ich glaube, man kann da keine Pauschalantwort drauf liefern, weil ich habe gerade die verschiedenen Facetten, wie man auf Digitalisierung schaut, mal aufgezeigt. Und ich glaube, man muss dann in die verschiedenen Dimensionen reinschauen. Ich glaube, es gibt viele Ecken, auch entlang des Geschäftsmannels der Banken, die auch sehr unterschiedlich sind, je nachdem, was man für einen Schwerpunkt hat. Ich glaube, auf der technologischen Seite ist man schon auch als Bank, weil am Ende geht es auch primär um Daten und wie man letztendlich mit Daten auch umgeht, ist man schon weit klar, ist man da noch irgendwie, hat man da einen Schritt noch letztendlich hier zu gehen. Aber all over würde ich mal sagen, dass im Banking-Sektor in Deutschland hier auf jeden Fall noch Aufholbedarf ist. Gerade was das Thema irgendwie Awareness, Mindset, Digitalkompetenzen, auch Führung, was wir auch gerade hatten, dass da irgendwie noch irgendwie einen Push zu erfolgen hat. Aber da sehen wir auch durch das ganze Thema Corona hier auch eine ganz klare Unterstützung, dass wir hier einfach drei Schritte schneller gehen können. Vielen Dank. Vielen Dank.